Spontan anberaumte Pressekonferenz heute Mittag beim Innenminister. Fast wundert man sich über die Kurzfristigkeit, schwelt das Thema AfD und Beobachtung doch schon seit langem. Er hätte die AfD gerne früher zum Prüffall erklärt, wie das jetzt offiziell heißt. Das betont Boris Pistorius heute gleich mehrmals. Ab jetzt, und das ist die klare Ansage nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz, werden öffentlich zugängliche Informationen systematisch ausgewertet und gesammelt. Ich halte das für einen sehr richtigen, füge allerdings hinzu auch überfälligen Schritten. Und dann holt Pistorius zum Rundumschlag aus. Rechtsextrem, völkisch, nationalistisch. Das sind seine Adjektive zur AfD. Die AfD hat sich in den vergangenen etwa 5 Jahren von einer im Wesentlichen eurokritischen Partei hin zu einer, das kann man gar nicht anders sagen, inzwischen in Teilen rechtsextremen Partei entwickelt. Eine Partei mit teils völkisch-nationalistischer Grundhaltung. Die partiell ethnische Gruppen ausgrenzt und ihnen die Menschenwürde abspricht. Und was sagt die AfD in Niedersachsen dazu, die sich hier im Land gern bürgerlich präsentiert, gemäßigt, sachorientiert? Wenn wir irgendetwas mitbekommen, wo wir sagen, das ist nicht mit unserem Parteiprogramm konform, das ist nicht mit unserem Grundgesetz konform, natürlich reagieren wir dann. Allerdings halte ich es für völlig verfehlt, eine gesamte Partei unter Generalverdacht zu stellen. Wegen Einzelfällen, das ist genau das, was man uns immer vorwirft, dass wir Bevölkerungsgruppen wegen Einzelfällen unter Generalverdacht stellen. Genau das Gleiche passiert jetzt mit uns. Niedersachsens AfD hatte schon mit dem Verfassungsschutz zu tun, genauer ihre Jugendorganisation. Unter dem damaligen Vorsitzenden Lars Steinke, der zum Zweiten Weltkrieg Zitate wie dieses lieferte, Hitler war gezwungen, so zu handeln. Gegen Steinke läuft ein Parteiausschlussverfahren. Die junge Alternative in Niedersachsen ist mittlerweile aufgelöst. Ende Oktober wird bekannt, dass der AfD-Landesvorstand Tipps für seine Mitglieder zusammengestellt hat, was man äußert und was besser nicht. Beispiel, farbige sind Tiere, kommt nicht so gut. Der Widerspruch zwischen Schein und Sein, ein Vorwurf, dem die AfD oft ausgesetzt ist. Ich halte das ganz einfach für ein politisches Signal, die AfD noch mal in den Fokus zu rücken. Und jetzt eben mit dieser Bezeichnung Prüfwahl. Es ist Wahljahr, die Europawahlen stehen vor der Tür. Und natürlich zieht man die politische Agenda durch. Das dürfte der Innenminister anders sehen. Den strengeren Blick auf die AfD hält er nicht für ein politisches Manöver, sondern für einen überfälligen Schritt, begründet in der Radikalisierung von Teilen der Partei.